Guten Morgen aus Shinjuku mal wieder. Habe ich das schon mal gesagt? Keine Ahnung, aber guten Morgen aus Shinjuku. Und zwar, wie ihr seht, sehe ich heute ein bisschen anders aus als gewöhnlich, denn es geht heute zum Harajuku Fashion Walk. Ja, ich werde jetzt nicht auf den Weg machen nach Harajuku, denn es ist jetzt schon halb eins und um zwei geht der Fashion Walk los. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze wird, weil ich keine Ahnung habe, was eigentlich passiert. Ich habe davon so ein bisschen über Twitter und so mitbekommen und über verschiedene YouTuber so ein bisschen. Aber ich bin mal sehr gespannt, was da dann so passiert. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze wird. Style ist ja gar nicht die Kindheit. Hey, hallo, hallo, hallo. Juhu-juhu-juhu-juhu-juhu! Damit ist der Harajuku Fashion Walk zu Ende. Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg zur Shinjuku Station, weil ich ja dann halt auch wieder nach Kofen zurückfahren muss. Und ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass es echt cool war, daran mal drei zu nehmen. Es war irgendwie cool, das halt mal in echt zu erleben, was man halt nur so von den Bildern sieht. Es waren relativ viele Ausländer auch dabei, wobei ich die Einzige aus Deutschland war. Es waren sehr viele Franzosen dabei, jemand aus Kanada, Amerika waren ein paar mehr, glaube ich auch. Ansonsten halt auch sehr, sehr viele Japaner. Es war schon echt sehr, sehr cool, weil sich halt alle dann so über ihre Outfits unterhalten haben und gesagt haben, oh hier, das ist süß und das ist voll niedlich. Also es war sehr, sehr cool. Es war mal auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Damit hoffe ich, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder.